youtuber wie julian bam und ceo mussten in den letzten wochen eine sehr unschöne erfahrung machen sie wurden gehackt in diesem video möchte ich alle influenza vor einer der wohl größten gefahren für ihre accounts und damit ihrer wirtschaftlichen existenz waren fake sponsorings der youtuber ceo hat nachdem er in einem livestream gehackt wurde folgendes gesagt ich weiß noch dass ich irgendwas installieren wollte und es ging nicht drauf gedrückt und es ist nichts passiert ich war so dann halt nicht gelöscht und nächstes video probiert und das war der fehler weil ich glaube währenddessen hat sich im hintergrund irgendwas installiert also das programm war so dass man nicht sehen konnte dass da was passiert so so cool wie auch das programmiert und genau das ist das tor über das ein hacker für gewöhnlich in deinen pc einbricht du musst dir irgendetwas herunterladen irgendetwas installieren oder irgendetwas bestimmtes auf deinem rechner einstellen es gibt selbstverständlich auch angriffsfaktoren die ohne installation einer malware funktionieren aber wenn du ein sicheres passwort verwendest immer darauf achtest dass oben in der url leiste ein verschlossenes schloss zu finden ist und du nicht auf phishing seiten die genauso echt wie das original aussehen und bedacht deine zugangsdaten eingibst fängst du damit einen großteil der möglichen angriffe ab das perfide an diesen sogenannten trojanen ist dass du ohne fachkenntnisse nicht unbedingt merkst wenn du betroffen bist vielleicht merkst du bei der installation eines bestimmten programms dass etwas nicht richtig funktioniert oder du denkst dir einfach wie zeo ich habe dann eben nichts gedacht weitergemacht und so und plötzlich merke ich halt wie mein rechner laut wird ich weiß was gegen ja warum wird denn das so laut habe dann einen task manager geöffnet um nachzugucken und auch generell gemerkt irgendwie alles öffnet sich langsamer er tut sich schwer und ich war verwirrt was ist denn los natürlich denkt man in so einem fall nicht sofort an eine malware doch ich vermute dass zeo hier zukünftig lieber einmal mehr als einmal weniger hinschaut und auch an dich lieber thomas geht natürlich mein angebot die bei solchen problemen zu helfen und dich in sicherheitsfragen zu beraten vielleicht kannst du aber auch aus den tipps am ende des videos noch etwas für dich mitnehmen das was zeo hier passiert ist nennt man übrigens eine watering hole attack das ist eine spielart des solche engineerings bei der das opfer zum täter kommt und nicht umgekehrt das sieht man daran aus welcher motivation heraus sich zeo das programm heruntergeladen hat ich habe vor kurzem eine neue kamera bekommen und durch die neue cam habe ich mir auch eben auch neue software angeschaut so eben für color corrections platz runtergeladen zum beispiel weiß nicht was das ist ja vollkommen egal ich habe auch geguckt so wie kann ich das bild bei neuen cam noch verbessern wie kann ich zurecht finden wie kann ich weiterentwickeln und so weiter da habe ich natürlich auch viele youtube videos geguckt ich weiß nicht mehr was für einen scam ich runtergeladen habe aber ich weiß noch dass ich irgendwas installieren wollte er hat eine neue kamera zum anlass genommen sich im bereich editing weiter zu bilden dazu hat er nach tutorials und neuer software gesucht offenbar der sich dann etwas aus freien stücken heruntergeladen und genau dort hat sich dann die malware verborgen wenn jemand zeo eine e mail mit dieser software zugeschickt und gesagt hätte er solle sich das doch mal installieren wäre das klassisches phishing gewesen und zeo hätte sich wahrscheinlich nicht reinlegen lassen hier ist die motivation sich dieses programm zu holen aber eine ganz andere aber keine sorge lieber zeo auch sicherheitsforschern ist das schon passiert denn nordkorea hatte in der vergangenheit ebenfalls die rotting hole attacke für sich entdeckt und personen die malware beruflich analysieren auf webseiten gelotst die noch nicht bekannte sicherheitslücken sogenannte zero days ausgenutzt und somit ihre rechner in teilen übernommen haben die bei ceo eingesetzte malware hatte übrigens primär crypto jacking zum ziel man an dem folgenden ausschnitt erkennen kann dass sich der rechner plötzlich komisch verhält und es bestimmte prozesse gibt die extrem viel leistung ziehen ist ein guter hinweis auf einen malware befall ich kann dich jedoch beruhigen der hacker hat es nicht gezielt auf dich abgesehen was typisch für eine watering hole attacke ist hier ist meistens zwar ein bestimmter personenkreis von interesse aber keine einzelne person zudem könnte der hacker gleichzeitig ein sogenannter hektivist gewesen sein weil er über deine social media kanäle politische ansichten verbreitet hat hier sieht man es noch mal ukraine friends don't be indifferent support for ukraine army bla bla bitcoin was zum geier also wirklich wildes zeug wurde da gibt oder gepostet das könnte aber auch nur dazu gedient haben ein paar bitcoins abzugreifen wie man an diesem tweet hier schön erkennen kann das problem dass du hier ansprichst kann ich übrigens nur allzu gut nachvollziehen da habe ich natürlich auch viele youtube videos geguckt und da man mittlerweile ja nicht mehr die like dislikes funktion sehen kann kann ich mich nicht in vornherein darauf verlassen ob das gute tutorials oder schlechte tutorials sind keine ahnung sehe ich nicht weil die aufrufe sprechen ja oft nicht für sich meine 5000 aufrufe sind auch nicht wenig auf tutorial manchmal und die kommentare werden sowieso moderiert also da rein zu gucken bringt ja auch nichts leute die verarschen wollen sind ja nicht dumm zum glück gibt es dafür die browser erweiterung return youtube dislike mit der man sich dislikes unter den youtube videos schätzungsweise wieder anzeigen lassen kann dass dieses addon sehr gut funktioniert und die schätzung teilweise nur um wenige dislikes von dem echten wert abweichen habe ich in meinem video zur analyse dieses addons statistisch nachgewiesen wenn du lieber thomas gerne eine solche analyse für deinen youtube kanal hättest können wir uns gerne mal unterhalten du musst dir auch nichts installieren auf irgendwelche links klicken oder sonst irgendwas versprochen doch genau an so etwas sieht man mal wieder dass die deaktivierung der dislike anzeige gerade bei tutorials problematisch sein kann doch was hat das jetzt aber alles mit den bereits erwähnten fake sponsorings zu tun nun dazu die alles entscheidende quizfrage wie bringt man einen influenza am besten dazu sich etwas herunterzuladen richtig mit geld also jetzt nicht so wie du dir das vielleicht denkst sondern mit einem sponsoring der hacker hat es hier ziemlich leicht angenommen er möchte seine zuvor programmierte malware auf dem rechner eines gaming youtubers platzieren um so wichtige daten auszuspähen entwickelt dann beispielsweise ein neues spiel namens c run für das er den influenza dann ein sponsoring vorschlägt in dem er das spiel ausgiebig testet und seine meinung dazu abgeben soll preislich kann er dann natürlich ein sehr verlockendes angebot machen denn das eigentliche ziel ist der der rechner des influencers denn was muss man tun um c run spielen zu können richtig man muss es sich herunterladen und installieren das spiel ist allerdings nur tarnung und installiert im hintergrund beispielsweise einen trojaner wie meine hitagi wie du aus meinem video zum julien bam hack weist ist es mit so einer malware möglich session cookies zu stehen und sich so an der zwei faktor authentisierung vorbei beispielsweise in einem google account einzuloggen das habe ich in meinem video ja unter beweis gestellt wenn der angriff gut die designt ist dann wird bei der installation nicht nur der trojaner sondern tatsächlich auch ein spiel mitgeliefert das lust auf mehr macht stimmt der influenza dem sponsoring dann auch noch zu und macht seine community darauf aufmerksam ist der schaden noch viel viel größer ähnlich wie bei einem sogenannten supply chain angriff vorgeht der influenza als multiplikator und sorgt dafür dass sich die malware munter ausbreiten und viele viele rechner infizieren kann der erfolg hängt dabei aber selbstverständlich vom können des hackers ab das ist jetzt natürlich nur eines von sehr vielen beispielen man kann malware auch in rechnungen verschicken die man erst ansippen muss um sie lesen zu können in office dokumenten nachladen oder 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 leider gibt es nicht das patent rezept mit dem man so etwas erkennen kann und deshalb biete ich hier mit allen influencern an mich bei fragen zu sponsoring angeboten zu kontaktieren ich prüfe und analysiere gerne gemeinsam mit euch ob sich dahinter womöglich ein fake sponsoring verbirgt mit dem eigentlich nur eure social media accounts übernommen werden sollen ich habe in den bereichen malware analyse und cyber defense schon sehr viel praktische erfahrungen sammeln können und teile mein wissen gerne mit euch ich selbst habe auch schon sehr viele solche anfragen erhalten und weiß dem nach auf welche zeichen man achten sollte insbesondere für nfts sind aktuell viele fake sponsorings im umlauf die wir als influenza von den moralischen aspekten mal ganz abgesehen aus sicherheitsgründen ignorieren sollten stefan vom youtube-kanal animeheffen hat erst kürzlich ebenfalls eine solche anfrage erhalten und mir freundlicherweise die besagte e mail samt link zu einer datei die er sich für die zusammenarbeit herunterladen sollte zur verfügung gestellt ich zeige euch am besten mal wie die e mail aufgebaut war zuerst einmal stellen wir fest dass die e mail von einem angeblichen promo manager namens matikus stammt der stefan ein nft projekt vorstellt sie sind immerhin bereit 2000 dollar für ein 35 sekündiges placement am anfang eines animeheffen videos zu zahlen stefan hat daraufhin geantwortet dass er daran interessiert ist vermutlich nur um zu sehen wie der scam weitergeht danach folgte eine e mail in der matikus stefan erklärt was er machen muss sie wollen ihm ein media kit mit den werbevideos einem vertrag und so weiter zu schicken und natürlich bekommt man eine vorabzahlung von 50 prozent wenn man den angehängten vertrag unterzeichnet die datei solle man sich auf mega nz oder einer dropbox herunterladen schön dass man hier zwei alternativen bekommt falls eine von beiden geflaggt wird freundlicherweise bekommt man eine schritt für schritt anleitung wie man sich den trojaner ich meine natürlich das media kit installieren kann zuerst müsste das archiv auf einem windows rechner installiert werden lustig dass hier explizit windows genannt wird na könnte es sein dass die malware auf einer anderen plattform nicht funktioniert was ich mich auch frage wie um alles in der welt installiert man sich ein archiv die meinten wohl eher herunterladen danach soll das archiv mit einem passwort entpackt werden man bekommt sogar hilfestellungen falls es mit dem extrahieren des archivs nicht so ganz klappt erst nach dieser ganzen prozedur könnte man sich dann das promo video anschauen stefan hat sich das archiv heruntergeladen und prompt hat die mavira einen sicherheitshinweis eingeblendet offenbar wurde diese signatur hier erkannt und die datei in quarantäne verschoben richtig so ich meine tr dropper dropper für einen trojaner wie gut dass stefans rechner mit einem antiviren programm ausgerüstet ist und er keine weiteren schritte unternommen hat da sich jetzt vermutlich sonst ein trojaner auf seinem rechner befinden würde der youtube kanal von animeheffen ist somit erstmal sicher und ihr könnt dort weiterhin eure anime news genießen beachte aber dass nicht alle sponsoring anfragen so offensichtlicher scams sind es kann durchaus sein dass die kampagne recht gut gestaltet ist und glaubwürdig wirkt nur weil das angebliche unternehmen dahinter eine webseite besitzt bedeutet das nicht automatisch seriösität was können influenza also tun um sich vor trojanern und anderer mal weiter zu schützen nun am besten ist es sich zuerst einmal bei das unternehmen das eine zusammenarbeit anstrebt zu informieren wenn ich eine influenza marketingagentur schreibt dann schaut erstmal nach wie deren reputation ist das erspart einem im nachhinein auch gegebenenfalls peinliche situationen wie man in der vergangenheit bereits bei einigen youtuber sehen konnte ein sehr wichtiger wenn nicht sogar der wichtigste tipp meinerseits besteht darin seinen rechner mit social media zugäng komplett zu isolieren auf einem zweiten gegebenenfalls virtuellen rechner können dann zum beispiel videos geschnitten und dateien wie rechnung und so weiter geöffnet werden programme die im rahmen eines sponsorings vorgestellt werden sollen würde ich ausschließlich innerhalb einer virtuellen maschine testen dadurch wird die gefahren einer sicheren sandbox gefangen und kann nicht auf das system überspringen zudem sollte der rechner mit den social media kanälen nicht sofern möglich im selben netzwerk wie die anderen geräte hängen backups zum beispiel von youtube videos zu machen ist auch keine schlechte idee sollte doch mal etwas passieren bei links die einem per e mail zugesendet werden sollte man vorsichtshalber immer drüber hauern um zu schauen ob man wirklich auf die seite gelangt die der link vermuten lässt mit ein bisschen html code lässt sich nämlich der angebliche link zu einem youtube video in einen link zu einer potenziell gefährlichen webseite umwandeln dieses vorgehen wird auch von einigen unternehmen betrieben um zu tracken ob der influenza die mail gelesen und sich das angebot angeschaut hat die leiten einen dann zwar nicht auf eine gefährliche webseite weiter haben aber zum beispiel ein url parameter mit eingebaut mit dem sie nachvollziehen können ob und wann genau der influenza die seite angeschaut hat zum schluss möchte ich mein angebot an alle influenza noch einmal wiederholen wer meine hilfe bei der absicherung seiner kanäle benötigt kann sich gerne bei mir melden ich bin auf twitter instagram youtube und per e mail sehr gut erreichbar das internet ist böse passt auf euch auf vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten video